Abhebung von Smartcoins an die Smartwallet. Der Smartcoin wird als Gas bei allen Transaktionen mit Ultima verwendet. Um Split-Transaktionen durchzuführen, müssen Sie mindestens 5500 Smarts in Ihrer Wallet haben. Um die Coins von der Börse abzuheben, müssen Sie Ihre Wallet-Adresse kopieren. Öffnen Sie dazu die Anwendung, Smartwallet, und klicken Sie auf die Smartkarte. Sie sehen Ihre Wallet-Adresse, die Sie kopieren können, indem Sie auf das Kopiersymbol klicken. Gehen Sie zurück zu MEXC in Ihre Wallet und wählen Sie Withdraw. Abheben. Geben Sie die Bezeichnung Smart in die Suchleiste ein. Geben Sie die kopierte Wallet-Adresse und den Smart-Betrag ein, den Sie senden möchten. Bestätigen Sie den Versand und warten Sie, bis die Börse die Transaktion bearbeitet. Sobald die Transaktion abgewickelt ist, erhalten Sie die Coins in Ihrer Wallet.